Let me show you just what I'm made of! Ja, ein weiteres Mal kämpfen die beiden gegeneinander, aber warum? Puh, da bin ich mal gespannt, vielleicht ist es noch ein allerletzter Kampf zwischen den beiden, um festzustellen, wenn wir nun beiden, um deren Rivalität endgültig zu beenden? Keine Ahnung, vielleicht als Rückerinnerung, weil ich meine, ja, das Blut zwischen den zwei Brüdern fließt ja noch in ihnen. Das ist klar, sie sind ja beide die Reikennation zwischen den beiden kämpfenden Brüdern, aber muss das immer noch sein? Die beiden stehen ja jetzt wieder komplett auf derselben Seite. Vielleicht, aber vielleicht ist es aber diesmal nur freundschaftliche Rivalität, was die beiden jetzt teilen, weil Sasuke, weil Sasuke hat ja seinen Plan aufgegeben, Konoha zu zerstören. Er hat sich gewandelt. Wenn es auch einem nicht so wirklich vorkommt, aber immerhin, er hat sich jetzt entschieden. Es gibt anscheinend, wollen die beiden jetzt endgültig die Rivalität, ähm, begraben, also die Rivalität begraben und noch einen letzten Kampf gegeneinander bestreiten. Ich bin schon gespannt, wie der jetzt ablaufen wird. Also, los geht's! Sasuke? Was ich meine Mutter, Kaguya, und ich habe mich nicht gewonnen? Was haben Sie die Antworten? Es gibt keine Antworten. Ich möchte mich, meine Freunde, von mir zu retten, was ich von mir zu retten. Soll ich? Ah, so ehe. Wie ist die All-M限-Tuk-Yum? Ich muss mich schnell helfen. Die Art der Technik-Krise ist einfach. Der Nartow und Sasuke mit dem Säuse und den Säusein, kann man sich die Hände in den Sinn zu tun. Was ist das? Sasuke! Du hast noch eine Rückseite? Sasuke, du hast du was? 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 Du hast du die Situation gemacht. Das ist doch, ich bin Hohka-Gehler. Du hast du was Hohka-Gehler. Was ist das Hohka-Gehler? Was ist das Hohka-Gehler? Das ist doch nicht so. Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, dass ich nur ein Hohka-Gehler habe. Ich hatte nur eine Rückseite, und nur ein Hohka-Gehler. Aber ich habe auch nicht gewusst. Ich habe es nicht verletzt, sondern ich habe es zu verletzten. Ich habe es nicht verletzt, dass ich die Welt nicht verletzt. Ich habe es nicht verletzt, dass ich die Erlebnisse, was ich... ...de Erlebnisse. Chibak-Tänse! Klammer! Na... Naruto! Ich werde unbedingt helfen! Ich werde ein wenigstens warten. Das war's für mich. Ich habe keine Ahnung. Das ist für dich, Naruto. Das ist nicht gut. Das wäre doch nicht so gut. Aber eigentlich ist es ... ... dass wir ... ... mit Indra und Aschura ... ... den Weg mit dem Weg ... 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 Ich werde es hier enden. Ich weiß, Sie wissen, was ich. Ich weiß nicht, dass ich das nicht tun kann, was ich nicht tun kann. Sasuke hat mich so gedacht. Ich liebe mich. Ich bin so sicher, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Es ist mir egal, was ich? Aber... Aber Sasuke... Wenn ich etwas... etwas, wenn ich etwas... ... dass ich etwas... ... in der Mitte der Kopf... ... dann... ... bitte! Ich bin schon weit weg! Du bist wirklich... ... du bist wirklich... Das ist nicht so, was ich. Ich habe keine Ahnung, Sakura zu retten! Sakura wollte ich dir. Ich wollte mich immer wieder helfen. Ich habe mich immer wieder geholfen. Ich habe mich immer wieder zu verечатdessen. Ich liebe dich und liebe dich. Ich habe mich nicht verletzt, weil ich mich nicht verletzt habe. Das ist ein Verletzungsgericht. Sasuke... Ich habe ein Verletzungsgericht. Es war früher Sakura. Ich bin ein Freund von Sasuke. Sasuke will unbedingt nachdenken. Herr, ich weiß nicht, was ich? Ich gehe jetzt. Ja, ich will. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe die Beziehung mit den Beziehungen geschlossen. Ich habe schon gesagt, dass meine Eltern und meine Freunde nicht mehr wissen, was ich weiß, was er? Er ist nicht so, was er? Ich bin hier. Das ist so schwierig, Sasuke. Das ist das gleiche. Hier werden Sie wieder. Das ist das gleiche Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb. Das möchte ich nicht auf einmal mehr. Das ist das Wettbewerb. Ich hab meine Wettbewerb. Ich will meine Wettbewerb. Er ist zu sagen, ich sage Wettbewerb. Sie sagen es zwar, dass das Wettbewerb. Wettbewerb. Musik Ich kann mich übernehmen. Ich bin nur ein Kind. Ich kann nur ein Kind sein. Ich kann nur ein Kind sein. Ich kann nur ein Kind sein. Ich kann auch mir sagen. Ich kann nur die Hohka-Geräusche werden. Ich kann nur die Hohka-Geräusche sein. Ich kann nur den Hohka-Geräusche verletzen. Du kannst nicht mehr wissen. Du kannst nicht so sein. Du kannst nicht nur ein Kind sein. Ich glaube, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, was ich nicht so fühle. Das ist nur ein wenig zu machen. Das ist wie ein zwei Schäuern, und wie ein Schäuern. Das ist wie ein Schäuern. Das war's für mich. Ich werde die Vergangenheit durchführen, und werde ich mit einem Schrocken durchführen. Du hast die Verteilung von der Verteilung der Verteilung, oder? Genau. Ich werde die Vergangenheit durchführen. Ich werde nicht verletzen! Ich habe alles von den anderen Menschen gelernt. Ich habe die Vier-Vier-Vier-Vier und der Vier-Vier-Vier-Vier gearbeitet. Ich habe mich für heute gemacht. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Das ist dann... Ich weiß nicht, was ich? Und wieder das alte Lied Na klasse Aber okay So kann man auch Die Naruto Saga beenden Einfach Mit den Großen Höhepunkt Der ersten Generation Den ultimativen Kampf Zwischen zwei Freunden Naruto und Sasuke Also gut Dann los Puh Ei, ei, ei Bin ich direkt in sein Sharingan reingelaufen Ja, klar Ah ja Wenn ich gerade in der Wand Hänge Ah, ich könnte Nee Jetzt ist Schluss Nein Ja, was soll das Er kann sogar ein kleines Rasen Einsetzen Nein Da muss ich aufpassen Ah, ja, klar Ja, klar Er wollte das gleich wieder einsetzen Der Spaß Nein Das lässt ihn mal schön bleiben Sasuke Panzerbrecher Und von der Wand Geklatscht Ach komm Das kann doch nicht ausreichen Nee Komm schon Ach, verdammt Na, warte Verdammt Ja, das ist mir klar Dass er das Hört Kann So Das trifft den hart So Ach Nein Nein, 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 nein Das kannst du knigge Oh, shit Vor allem Flammen Jutsu ist na, klasse Aber immer in Bewegung bleiben Dann treffen sie mich auch nicht Es sei denn, wenn die Kamera so hinschwenkt Dass ich dann direkt rein renne Ist klar Ja Ist gut Ich weiß, dass ich das auch verwenden kann Während ich an einer Wand hänge Nein Wieso Ich habe doch damit getroffen Er wird jetzt direkt reingerannt Ja, klasse Verliere ich jetzt deswegen wieder Jetzt renne ich dann bestimmt wieder in den Angriff rein So, jetzt aber Na, komm runter So Nein Nicht getroffen Nein Komm schon Nein Scheiße Ach Mit ultimativen Angriff kann ich es einfach nicht beenden Geht es auch mal ohne den Scheiß Mann Verschwende nicht mehr Zeit Ja, ja, ja Ist gut Muss denn das immer sein? Kann ich nicht einfach den Kampf so normal weitermachen? Oder einfach wieder von vorne? Geht das denn nicht? Warum muss es jetzt diese Lehme Möglichkeit geben? Ja, mehr als genug Ha Das kannst du aber nicht abwehren So Damit beende ich es jetzt Alles klar So, Zeit für das Quick-Time-Event Okay Okay Kommt es Wieder das Susanoo Warte Warte Und zack Nee, nee Das lässt er mal schön bleiben Okay Was jetzt noch? Oh, weia Na, klasse Was, er nimmt das Chakra der Geschenzentiere? Ist klar Verdammt Verdammt Jetzt habe ich gerade Jetzt musste ich gerade meine Augen reiben Und da habe ich Ich drücke, hätte ich drücken können Aber trotzdem Normalerweise sollte ich davon Schaden nehmen Aber das sehe ich trotzdem Was soll's? Na ja Was soll's Oh, weia Okay Ja Komm schon Wieder ein Unentschieden Oder verliert der Naruto schon wieder? Nee, oder? Nein, 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 nein ... Hahaha! Das ist ... Das ist ... ... ich bin ... ... ... ... ... ... ... ... ... Was ist das? Du bist Yoshi nicht so möglich. Mein Kollege und Obibし sind, als du Border Coach und SasukematicANKL Screenốngし auch sehr oder gut wich den Je-P octobre. Ich dachte mit mir, schade ichdt euch über den Meinen. Guck despпа合. ... und die Welt des Wadaka-Mari, du hast du dich verletzt. Nera! Du bist nur noch ein paar Menschen. Du kannst du nicht helfen, du hast du nicht. Du bist nicht so. Na, Ani. Du bist in deinem Gesicht. Wir haben viele Menschen in der Nähe. Sie, Sie, Sie und Sie, und Sie, die wir heute gemacht haben. Wenn Sie nicht mehr Kraft haben, dann müssen Sie sich die Hand nehmen. Das ist das, was Sie. Das ist das, was Sie. Das ist die Kraft. Daher ist es so... NARUTO! Du bist hier in Ordnung! Du kannst dich nicht mehr aufhören! Das ist das, was ich wissen! Unzumaki, NARUTO! Wir werden nicht mehr aufhören! Dann können Sie sich wieder aufhören, und wieder aufhören! Du bist aufhören! Du bist aufhören! So, Sasuke-kun ist es! Gehen Sie, Naruto! Sie sind für mich! 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 Sasuke! Warum? Ich sage dir, schon mal wieder... ... JSON, doch mal wieder... ... JSON, doch mal wieder... ... HTML, doch mal wieder! Ich sage dir, was du bist?! Was du bist, was du bist?! Mein Junge... Ich habe das Gefühl, dass du einen Mann zu tun hast. Hahahaha! Wenn du so etwas wie das, wirst du das noch sagen? Ich habe schon schon verstanden, dass ich da zurückkehren. Ich weiß, dass ich nicht mehr Zeit habe. Wenn du dich sagen kannst, kann ich nicht mehr ändern. Ich werde dich immer noch weiterentwickeln. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Das ist das, was ich. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde dich verletzt. Ich werde dich fertig sein. Ich werde dich nicht verletzen. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich nicht verletzen. Genau. Das ist wirklich das Ende. Ich werde dich verletzen. Jetzt aber die finale Phase. Und los. Und zack. Riesenrasengan. Was sollen diese... Oh, ein Ereignis, ne? Stimmt das? So wie bei Obitus Amogloth. Alles klar. Jetzt ist mal Schluss damit. Und zack. Boah, wie viel Verteidigung er hat. Der nimmt kaum Schaden durch meine Angriffe. Alter. Nein, du entkommst mir nicht. Nein! Jetzt ist mal Schluss damit! Alter! Nein! Alter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wieder nicht getroffen. Warte. Komm schon. Zack. Komm schon. Schon klar noch aufladen. So. Jetzt reicht's aber. Was zum... Okay. Krieg dem Event. Okay. So ähnlich wie beim letzten Mal. Okay. So eine Geheimaktion abgeschlossen. Ich muss eigentlich anders kombinieren. Jetzt schloss der Welt. So. Nein. Und zack. Ach, verdammt. Nein. Lass es. So. Volle Pulle. Ja. Jetzt ne 25 Treffer-Kombo. Nein. Ach nein. Jetzt kommt das schon wieder. Eiei, ei, ei, ei. Uah. Bam. Da hält wirklich viel aus. Das ist echt nicht normal. So, jetzt da. Volle Pulle. Nein. Und ich gerade immer voll dabei bin. So, jetzt Zeit. Dich zur Vernunft bringen. Boah. Beide allein Panzerbrecher. Und von denen ein Teil der Klamotten. So. So, Rasengan. Ich glaube, das Riesenrasengan ist schwächer. Oder kommt mir das nur so vor? Nein. Darin kommst du mir nicht. Jetzt, halt. Okay. Komm schon. Oh, Sasuke. Oh, okay. Einen Schwanz vom Neunschwänzigen. So. Jawohl. Und bam. Alter. Alter. So. Zack. Sinobarodrasengan macht es. So. Nein, nein. Jetzt trifft er mich damit. Aber ich habe ihn als damit. Nicht mit mir. Alter. Ich mache trotzdem viel zu wenig Schaden. Nein. Nein. Ich komme schon. Ach, ich bin fertig. Ach, nein. Okay. Nur zwei Geheimdiener zu neu freigeschalten. Au. Wow. So wie ein kleiner Naruto. Alter. Ja, ich kann ja diesen Sturmaktion nicht ausfällen. Okay, damit geht es nicht. Ich muss ihn nahkampfattackieren. Und da fade ich gerade brutals. Ich treffe ihn einfach nicht. Aber jetzt. Jetzt. Das ist auch noch spielbar. Alter. So, jetzt war. Jawohl. Ein bisschen was hinzugefügt. Oh, Mann. Das ist jetzt... Das letzte ist vom Chakra. Der vierte Geheimfaktor. Aber ich glaube, die anderen schaffe ich nicht mehr. Oh Mann. Beide sind... ...total fertig. Ach, der erwischt er mich. Aber das ist auch ein Geheimfaktor. Okay, das ist nice. Bäm. Bäm. Wahnsinn. Also Geheimfaktor. Geheimaktion. Noch drei. Vielleicht schaffe ich es damit. Aua. Nein. Bäm. Alter. Das ist ein Kampf. Beide extremst erschöpft. Können nicht mehr. Bäm. Beide am Ende. Aua. Ei. Alle Geheimaktionen abgeschlossen. Ich glaub's nicht. Komm schon, Naruto. Du schaffst das. Ei, ei, ei. Autsch. Das muss wehtun. Au. So, so. Du. Ja. Das muss ich nicht schiefen. Das muss ich nicht schiefen. Wie ist es? Du! Das war's für heute. Sosuke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 NARUTO Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 KAKASHI SENSE ああ 行ってこい テミーには負けに来てばよ ほざいてろ 薄らトンカチ ああ もう ファイト うっさい やっと 戻ったね ファイト ファイト グラブ 相互 もちろい ファイト なやつ ああ イ priorit Storypunkt übrig ist oder nicht? Ein oder zwei. Naja, der Part ist eh schon lang genug. Nach den Credits werden wir ihn auch beenden. Also wirklich, ich muss schon sagen. Wow, das hat mich überrascht, dass... Ich war jetzt ein bisschen erschrocken, dass die beiden den Arm verloren haben und dass der Blut sich praktisch jetzt miteinander verbindet. So als freundschaftliches Händehalten. Ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Aber anders konnte ich es jetzt auch nicht ausdrücken. Aber... Au. Naja. Beide haben noch mit letzter Kraft über ihre Grenzen halt ein Rasengan und Schlitture eingesetzt und... Ja. Da ist es dann passiert. Oh. Hier sehen wir sogar noch einige Ausschnitte vom zweiten Teil. Ja. Nach diesem Spiel werde ich dann irgendwann den nächsten noch den zweiten Teil let's playen. Für Xbox 360. Darauf könnt ihr euch verlassen, weil... Mit denen habe ich ja wirklich die Ultimate Ninja Storm-Reihe begonnen. Und... Ich empfehle ihn bislang immer noch als den epischen, aber... Auch hier... Die Story war wirklich genial. Wie die Naruto-Saga jetzt weitererzählt wurde... Geil. Und... So, und jetzt kommt man hier zum dritten Teil. War mein erstes Naruto-Let's Play. Hm. War auch ziemlich erfolgreich, muss ich sagen. Hat sehr viele Aufrufe gehabt. Ja. Meine aktuellen Naruto-Let's Plays können dagegen jetzt nicht mehr mithalten. Obwohl ich mich qualitativ verbessert habe in der Beziehung. Aber... Ja. Was soll's. Kann man nichts machen. Ich gebe jetzt noch nicht mein Gesamt-Fazit ab, aber... Ja. Ich bin schon gespannt, wie das noch weitergehen wird. Noch ist es ja nicht vorbei. Mann, oh Meta. Das war schon brutal. Und auch... Hm. Jetzt... Der... Der... Ähm... Oh ja. Richtig. Diese eine Szene. Die kam mir in der Spezialversion vom dritten Teil vor, welche ich ja jetzt nicht zeigen konnte, weil... Der kam anfangs nur für den PC raus. Den gibt's jetzt auch für Konsole, aber den hab ich mir jetzt nicht noch extra besorgt. Ich weiß nicht, ob das doch als DLC gegeben hätte, aber... Den hab ich mir jetzt aktuell noch nicht gekauft. Ich meine... Jetzt hab ich ja eine neue Xbox. Allerdings muss ich damit den dritten Teil wieder von vorne spielen, weil... Ich hab ja den Spielstand verloren, da ich ja eine... Da ich ja eine neue Xbox-3-Sätze jetzt habe, also die Slim & Light Edition und... Ja, da sind alle Spielstände auf den alten Spielen leider Gottes weg, weil... Das ist auf dem Profil gespeichert, was... Eine falsche E-Mail-Adresse hat. Ich war damals so naiv, weil ich geglaubt hätte... Ich hab schon mal im Voraus eine andere E-Mail-Adresse... Eingegeben, weil ich dachte... Weil ich so naiv war und dachte, dass ich die E-Mail-Adresse so... Äh... Und ich konnte das auch nicht mehr umändern. Also, muss ich auf mein anderes Profil, wo meine richtige E-Mail-Adresse war, aber dafür alle Spielstände weg waren, nochmal zugreifen mit meiner aktuellen Xbox und... Ja... Da weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt nicht einen... Äh... Bereits... Story-Abschluss benötige... Einen Story-Abschluss benötige, um dann noch, äh... Den... Äh... Zusätzliche Episode spielen zu können. Ich weiß nicht, ob es als DLC auch noch gibt. Ich würde es mir wünschen. Aber ich glaube fast nicht, dass es als DLC für das Originalspiel gibt, weil es ja... Als Retail auch gibt das Spiel an sich. Ich finde es auch wirklich blöd, dass man das nach den Original-Dritten Teil auch noch rausbringt. Als Retail- oder als PC-Version. Wozu? Das hätte man von Anfang an machen können. Weil diese Szene... Die konnte ich jetzt nicht zeigen. Diesen einen Kampf. Aber was soll's. Fakt ist, das war schon ein schönes Ende. Die beiden sind doch schließlich, äh... Sich endlich einig geworden. Und haben den... Kampf zwischen den beiden Brüdern... Endgültig beendet. Das war schon wieder dramatisch. Äh... Dramatik pur. Jetzt bin ich gespannt, ob da noch weitere Story-Punkte kommen. Und die werden wir dann... In den nächsten Part sehen. Also... Boah... Der ist schon ziemlich lang. Deswegen... Verabschiede ich mich an der Stelle. Und... Schauen wir erstmal noch schnell, ob noch was kommt. Und ansonsten... Danke fürs Gucken. Und... Jetzt gucken wir mal, wie es noch weiter geht. Dramatik pur. 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 Dramatik. Dramatik pur. 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 Das ist das, was ich? Ich werde das, was du mit deinem Kampf zu tun. Aber du hast es nicht so gut, dass du nicht so leicht hast. Ich denke, es ist auch ein Gefühl, dass ich das Gehirn habe. Aber ich werde das, dass ich das, um es zu können. Die Leute, die ich verletzte, sind wir. Naruto? NINJA ουν kein Wunschke. Die Schreiberin und die Verlangen. Er wird als Wunschkeión das Sturm belegte. Der Streit wird komplett überw vigilar. Und auch erstaunlich sein kann. Verkürt werden uns aber dann, dass sie die beiden Er hat sich noch nie mit dem, und er hat sich noch nie mit dem, aber er hat sich nicht mit dem, dass er nur ein Mann ist, und er hat sich nicht mit dem, und er hat sich nicht mit dem, Der Weg ist die Schmerzen, der sie zu erzeugen. Die Schmerzen mit den Schmerzen und der Schmerzen. Die Schmerzen werden die Erweiterung mit dem Geist. Die Welt und die Erweiterung mit dem Geist. Die Erweiterung mit dem Geist. Und hier wird der Geist-Kunsch-Kunsch-Kunsch-Kunsch-Kunsch-Kunsch-Kunsch-Kunsch. So, jetzt bin ich, in diesem Buch, die Namen zu wissen. Der Name ist… »UZUMAKI NARUTO MNOGATARI« Manometer, ich dachte, das ändert gar nicht mehr. Ja, ja, ist gut. Ich wünsche, die können diese Meldung abstellen. Wenn ich nur wüsste, wie, schreibt es mir in den Kommentaren. Aber wahrscheinlich werde ich zu spät darauf reingehen. The last. Ah, the last Karaktere aus dem letzten Naruto-Film. Sehr gut. Wie geil ist das denn? Na schön, Leute. Aber das war es jetzt. Was denn jetzt? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Der Hecht der Hecht, der Hecht wird gegründet. Der Hecht wird der Hecht gegründet. Und diese Hecht wird erneut. Es ist noch nicht zu fassen Ja, neue Episoden Eng, Bande Das neue Zeitalter Storyabschluss 100% Hey, ist aber noch nicht vorbei Ninja-Schatz, alle Typen parkiert mal 5 Und der Allmächtige als Titel Okay Moment, was? Was? Aber das hatten wir doch schon Hä? Ja Aber ich wollte gerade sagen, wie der Vater so der Sohn Oh Mann Und ich habe mich auch schon gefragt Warum plötzlich eine Statue von Kakashi da war Also warum da ein Bild von Kakashi drauf auf dem Berg Also wurde doch Kakashi Hokage Tja Dann ist wohl Naruto jetzt der siebte, ne? Hm Moment, also wir spielen keine Story mit denen Das ist jetzt nur die Credits Okay Okay Dann Sind wir jetzt vorbei Also dann ist es jetzt vorbei Das war's jetzt Und in dem nächsten Part Geht's dann weiter Mit dem Abenteuer-Modus Man hat mir da schon Äh, darauf hingewiesen Dass hier Ähm Dass bei diesem Modus Ähm Dass, dass Dass nur bei diesem Modus Open World gibt Naja, okay Bestreiten wir also den noch Und ja Das war's jetzt mit der Story Weiter geht's mit dem Abenteuer-Modus Also seid gespannt Und klickt wieder rein Euer Crush42589 Sorry für die Länge Wenn's trotzdem so gefallen wussten Daumen hoch Und auf Wiedersehen Und tschüss Töne